Ein Hund, ein Schwein, ein Hahn, ein Specht, der gerade zu Besuch, die fanden hinterm Haus ein Buch. Was haben da die vier getan? Sie riefen alle laut, mal sehen, was mag auf Seite 1 wohl stehen? Eu, 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 so las das Schwein, da sprach der Hund, das kann nicht sein. Da steht wau, 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 der Specht rief gleich, ich seh's genau. Da steht tak, 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 hell, schrie der Hahn, das stimmt doch nie, da steht Kikiriki. Die Eule hörte das Geschrei im Tagversteck und flog herbei. Nun sprach der Hahn mit wilden Augen, das dumme Buch will nicht viel taugen. Denn jedem lügt's was anderes vor, die Eule hielt es an ihr Ohr. Mir sagt, das Buch ist lege dran, das keiner von euch lesen kann. Das Buch ist lege dran, das Buch ist lege dran.